Ja, schönen guten Mädel, ihr wundervollen Menschen. Meine lieben Freunde, unser Lieblings-Medien-Experte hat, naja, keinen Blog geschrieben. Ja, eigentlich ist es ein Blog, eigentlich ist es ein Hilferuf eher. Und zwar braucht er dringend Geld. Allerdings hat er auf seiner Blog-Seite nicht so viel bekommen. Und daher werden diese Blogs jetzt anscheinend auf Tipi veröffentlicht. Ja, das lesen wir uns jetzt durch. Der Artikel heißt monatliche Kosten. Wild. Ich bin gespannt, was er für monatliche Kosten auf sich zukommen sieht. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Das lesen wir uns durch, Freunde. Ja, das könnte interessant werden. Also es ist wirklich, es ist wirklich wild. Wir legen mal los, ihr Lieben, wir legen mal los. Ich blende euch das nicht ein, es liest ja sowieso keiner mit. Ich fang mal an. Monatliche Kosten. 21% erreicht. Hallo zusammen. Aufgrund meiner Hater und den Situationen mit Hass und Mobbing habe ich es schwer. Oh, oh. Erst den Satz zu Ende lesen. Moment. Habe ich es schwer. Und aufgrund einer Pfändung kann ich pro Monat nur auf einen Betrag von 1300 bis 1500 Euro zugreifen. Jetzt mal kurz meine Meinung dazu. Also du kannst auf einen Betrag von 1500 Euro im Monat zugreifen. Du. Als Alleinstehender. Als Single. Ja. Ja. Du hast es schwer. Wirklich. Eine alleinerziehende Mutter. Mit 1, 2, 3 Kindern. Die hat es schwer. Es gibt Menschen, die zu Fuß Wüsten durchqueren, weil sie vor Krieg und Verfolgung flüchten. Render, diese Menschen haben es schwer. Einen Neid haben. Mit diversen falschen Denkprozessen, der deswegen keinen vernünftigen Satz rausbekommt. Diese Personen, die haben es schwer. Das sind Personen, die wirklich ein schweres Leben haben. Nur als Beispiel. Du als Einzelperson, die auf einen Betrag von 1500 Euro im Monat zugreifen kann. Nein. Für dich persönlich mag das vielleicht schwer sein. Aber das ist nicht ein Ich hab es schwer. Und ganz im Ernst, mit diesem Satz, ich hab es schwer, mit 1500 Euro als Single, als lediger, alleinstehender Typ. Viele Familien haben keine 1500 Euro im Monat. Über. Und davon gehen oft ein bis zwei Elternteile, entweder einer oder beide Elternteile, gehen dabei sogar noch arbeiten. Und die haben am Ende trotzdem keine 1500 Euro zur Verfügung. Du hast es nicht schwer. Du musst einfach nur lernen, mit Geld umzugehen. Das ist natürlich erstmal ein bisschen schwierig, wenn einem das nicht als Kind beigebracht wurde. Aber das kann man lernen. Wenn mal 3, 4, 5000 Euro aufs Konto kommen. Wenn mal 100.000 Euro aufs Konto kommen. Weil man zum Beispiel sein Haus verkauft. Sich dann nicht einen großen Pickup zu kaufen. Einen neuen Rechner. Einen Laptop dazu. Eine Grafikkarte, von der ich weiß, dass ich sie in 4 Wochen nicht mehr nutzen kann. Weil dieser neue Rechner dann im Lager steht. Das wäre zum Beispiel sowas wie mit Geld umgehen. Wissen, dass man bald wahrscheinlich den Führerschein erstmal abgeben muss. Und sich trotzdem ein großes Auto zu kaufen. Das ist alles nichts mit Geld umgehen. Nur meine bescheidene Meinung. Hätte Rainer sich für die 100.000 Euro Lottoscheine gekauft, wäre es wahrscheinlich sogar sinnvoller gewesen. Am Ende wäre die Chance, dass er wenigstens noch ein paar Mark hätte, wäre wahrscheinlich größer gewesen. Aber wir lesen mal weiter, Freunde. Also ein Betrag von 1300 bis 1500 Euro zugreifen. Das bedeutet, ich muss schauen, dass ich pro Monat mindestens diesen Betrag erreiche. Was glaubt er denn, wie es anderen Menschen geht? Müssen die nicht jeden Monat Geld verdienen? Wieso kommt er denn auf die Idee, dass er es schwer hat? Und kam jetzt wieder auch diese Einsicht von, ich möchte nicht mehr streamen, ich möchte nichts mehr machen, zu, ich muss diesen Betrag erreichen. Jeder muss im Monat einen bestimmten Betrag erreichen, um seine Ausgaben zu decken. Das ist eine ganz normale Sache. Und am Ende sich vielleicht noch was an der Seite zu legen. Wir lesen weiter. Mit meinem YouTube-Account wäre... Ach Gott, diese Rechtschreibung. Mit meinem YouTube-Account wäre das kein Problem gewesen. Allerdings ist dieser seit Mitte 2022 grundlos gesperrt worden. Nein. Das war nicht grundlos. Ganz klare Sache. Ja. Das war nicht grundlos. Ähm. Ja. Das kannst du weiter so lange behaupten wie ein Duracell-Hase. Nein. Ich habe mich im vergangenen Jahr... Wir lesen weiter. Ich habe mich im vergangenen Jahr mit Ach und Krach versucht, über Wasser zu halten. Weißt du, wieder meine Meinung. Wenn du möchtest, wenn du wissen möchtest, wie es ist, sich mit Ach und Krach über Wasser zu halten, dann frag doch mal irgendwelche Restaurantbesitzer, wie das in der Corona-Zeit war. Zum Beispiel. Dann weißt du, wie es ist, sich mit Ach und Krach über Wasser zu halten. Frag mal zum Beispiel. Ja. Mag jetzt nicht jeder. Ist ein guter Freund von mir. Der Rocksau. Der kauft sich ein Kutter. Verschuldet sich natürlich dabei. Keiner kann einfach so ein Kutter kaufen, außer Portokasse. Und dann fängt natürlich Corona an. So. Ja. In die Scheiße gegriffen. Ich habe auch zu der Zeit sehr viel Kontakt zu Rocksau gehabt. Und weiß, dass der abends oft losgegangen ist. Und hat bei irgendwelchen Demos, bei irgendwelchen Versammlungen, ist er da mit einem kleinen Tisch in Gang mit Glühweinständen. Rainer, das ist sich über Wasser halten. Das ist alles dafür zu tun, damit man was verdient. Damit Geld reinkommt. Eine Chance sehen. Nachdenken. Handeln. Da könnte ich vielleicht was verdienen. Ich mache das jetzt. Auch wenn es mehr Arbeit ist. Auch wenn ich abends nochmal los muss. Vielleicht in die Kälte. Muss mich da hinstellen. Rainer, solche Leute hatten das in der Corona-Zeit wirklich schwer. Das waren auch die, über die sich dann lustig gemacht wurden. Von dir. Die sollen mal ein bisschen aufpassen auf ihr Geld und so weiter. Da sind eine Menge sehr schwierige Aussagen gefallen. Ja, und jetzt meinst du, dass du dich mit Ach und Krach über Wasser halten konntest. Oder musstest. Sorry, aber puh. Wir lesen mal weiter hier. Ich hatte jetzt einige Monate wieder Oberweser gehabt. Okay. Kaum war er mal in Bremen, hat er gleich die Oberweser gehabt. Und dann kam eine Pfändung der AOK von knapp 10.000 Euro. Diese hat mich natürlich hart getroffen. Und nun kann ich nur versuchen, irgendwie diese zu bezwingen. Man merkt auch, dass er Autor ist. Diese ist ein Wort, das benutzt man einfach oft. Das finde ich auch sehr wichtig. Was es mit diesen 10.000 Euro hat, habe ich in dem Video 300 hört auf besprochen. Ja, man bekommt nicht einfach irgendwo 10.000 Schulden zusammengesammelt. Wenn man sich da gemeldet hätte, wenn man sich da selber hintergeklemmt hätte, dann hätte man das auch schaffen können. Man muss es nicht so weit kommen lassen. Ich habe dazu wirklich einen ganzen Teil gesagt in dem Video Drachenleut, hört auf. Falls ihr es noch nicht gehört habt, hört es euch mal an. Auch zum Thema, was da bestimmt mit zusammenhängt, Sachen wie Briefkastenangst. Habe ich darüber gesprochen, dass ich es auch mal hatte, als ich jünger war. Dass ich wusste, wenn ich den Briefkasten aufmache, sind da eh nur Rechnungen drin. Und nee, ich gucke da lieber nicht rein, dann sind sie nicht da. Ja. Ist ein schwieriges Thema, ist ein ernstes Thema. Wenn ihr daran leidet, hört es euch an. Es ist keine Schande. Es ist wirklich keine Schande. Ich habe euch da auch gezeigt, oder da erzählt, wie ich da rausgekommen bin. Vielleicht kann ich euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wir lesen weiter. Wir gehen in den nächsten Absatz. Ich kann jetzt nicht mehr weitermachen, wie die letzten zwei Jahre. Puh, Rainer, das hoffe ich für dich. Ich hoffe, dass du nicht so weitermachst, wie die letzten zwölf Jahre. Ich hoffe, dass sich bei dir einiges ändert. Ich habe gestern das Video vom lieben Ofi gesehen, wie er mit Light Warrior geredet hat. Und auch dort hört man, man muss keiner von diesen Kritikern sein. Man kann Rainer auch auf eine nette Art kennenlernen. Und am Ende endet es halt trotzdem immer gleich. Irgendwann muss man halt einsehen, dass man sich selber ändern muss. Dass man nicht darauf wartet, dass sich die ganze Welt ändert. Und der Fuddel, der Wingelwongel und ich, Grüße gehen raus, vor allem an mich. Wir haben ja auch schon mal so Sachen gezeigt, die er hätte machen können. Die er machen könnte, immer noch. Wo Leute dann sagen würden, ey, Respekt. Das hätte ich nicht gedacht, dass ihr das schafft. Ihr könnt ja mal unsere Podcasts hören, ist hier auf dem Kanal. Mit Wingelwongel dabei, mit Fuddel und mir. War sehr witzig. Wir haben das zum Beispiel mal als Projekt genannt. Er könnte doch einfach oben in Flensburg anfangen. Ganz oben im Norden. Ich glaube, Handewitt ist das nördlichste. Ist auch egal. Er könnte in Flensburg anfangen, eine Videoreihe, eine Livestream-Reihe zu machen. Kaufe dir ein vernünftiges Fahrrad, anstatt diesen Elektroroller. Und dann eine Videoreihe. Ich fahre runter durch Deutschland. Einmal quer durch Deutschland. So wie ein Fritz Meinecke das macht. Der fährt mal eben von Berlin bis in die Türkei. Mit dem Fahrrad. So was. Zu sagen, ey Leute, hier, ich habe zwar Übergewicht, aber ich tue was dagegen. Und ich bringe euch jetzt noch Content dabei. Und das wird ein richtig hartes Projekt. Darauf würde die Bild-Zeitung anspringen. Darauf würden Medien anspringen. Damit würde es wahrscheinlich ins Frühstücksfernsehen schaffen. Selbst wenn er das gut durchziehen würde, hätten die Kritiker kaum was dran zu bemängeln. Und das wäre was ganz Neues für ihn. Das wäre so was wie positive Aufmerksamkeit. Aber nein. Er setzt sich lieber in die NPD-Kommune. Macht die Kamera an und sagt, du, die AOK hat den Übrigens, will jetzt Geld von mir. Also haut's mal raus, die Babylöwen. Ja, das ist einfacher. Klar, wenn das funktioniert. Aber für positives Aufsehen sorgt das nicht. Wir lesen mal weiter. Also ich kann nicht weiter bei den letzten zwei Jahren. Hotels sind teuer. Und pro Monat kann mich das zwischen 2.000 und 6.000 Euro kosten. Hier kann ich auch sagen, hast du Kosten, Wohnkosten, von 6.000 Euro pro Monat. Rainer, könntest du dir auf Mallorca oder Madeira eine Wohnung anzahlen, die Bude mit 2.500, 3.500 im Monat abbezahlen und hättest du noch 3.000 Euro über, hättest du deine eigene Bude, wärst, ja, sicher. Ziemlich sicher. Sicherär. Vor den Kritikern. Aber nein. Du nimmst dir 6.000 Euro Hotelkosten in Deutschland. Also ich kenne niemanden, der für 6.000 Euro im Monat wohnt. Ich gehe davon aus, dass nicht mal ein Montana Black 6.000 Euro Fixkosten fürs Wohnen hat. Und auch kein Gronk. Naja, wir lesen weiter. Ähm, das ist schon mit meinem YouTube-Account unbezahlbar gewesen. Ohne diesen ist das auf keinen Fall zu stemmen. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir. Wär's für wahrscheinlich nur 0,5% der Weltbevölkerung. Nicht mal. Nicht mal. Wär das zu stemmen. Andere Streamer und YouTuber machen sich bei meiner Situation lieber lustig, als mir zu helfen. Naja, was heißt drüber lustig machen? Ne, ich meine, so wie du zum Beispiel einen Unge angegriffen hast. Ähm, kannst du von ihm keine Hilfe erwarten? Und wenn man auch viel über Unge sagen kann. Ich glaube, Unge ist kein schlechter Mensch. Unge ist, Unge ist so ein nicer Typ. Ich kenne ihn halt, ja, jetzt nicht aus seinen Streams groß. Ich kenne ihn halt über Let's-Play-Projekte von Bonjoa, Dalukat, Vlesk und so weiter. Wo die alle zusammen so eine Among Us-Runde hatten. Da war der Typ großartig. Also Unge war da einer der witzigsten. Äh, dann über, aus Videos von, mit Kritz, äh, Fritz Meinecke. Wo die da über Mandera marschiert sind und so weiter. Also Unge ist bestimmt kein unangenehmer Zeitgenosse. Kommst du dann aber und sagst, ja, der muss sich die Dreadlocks abschneiden, weil er zu doof dafür ist. Oder, ähm, also das war seine Aussage, nicht meine. Ähm, und ich unterstütze diese nicht, ja? Just saying. Und, ähm, sobald jemand über dich redet, dann gehst du diese Personen an. Warum sollten sie dir helfen? Du hast deinen Urlaub auf Mallorca erfunden und gefakt. Und dabei noch ein erfundenes Treffen mit Unge vorgespielt, das ja auch nicht mal positiv war. Die, die Antwort von Unge darauf war, ja, also wenn er sich schon so ein Treffen zurecht legt, hätte es ja wenigstens angenehm sein können. Ja, also hier ist es eine ganz klare Sache von, wie man in den Wald reinruft und so kommt es auch wieder raus. Ja, es wurden einfach zu viele Brücken eingerissen, es wurden zu viele Brücken kaputt gemacht, als dass du dich jetzt auf andere Leute verlassen solltest. Und falls du das doch tun möchtest, arbeite positiv an dir, dann arbeite positiv an diesen Beziehungen, ähm, ja. Und arbeite natürlich positiv an deinem Ruf. Es stehen zurzeit Dinge im Raum, ja? Die möchte ich jetzt, wir wissen alle, worum es geht. Und Rainer, ganz im Ernst, hier solltest du auch, anstatt zu sagen, ja, die sagen alle, das wäre so. Könntest du jetzt einfach mal zum Beispiel, nehmen wir den Demon, den kennst du, Rainer, ne, den kennst du. Nehmen wir den Ofenkäse, den kennst du auch. Nehmen wir mal diesen, wie heißt der hier, dieser Duli, ähm, Anidegger. Den Namen kennst du zumindest. Du könntest einfach mal sagen, ey, ich hab mir das Zeug angeschaut von denen und die wollen nicht sagen, dass ich das bin und dafür möchte ich einfach mal Danke sagen. Du solltest einfach dankbar dafür sein. Also ich nehme jetzt nicht nur Demon O wie mich, ich nehme jetzt wirklich so gut wie alle da mit rein, ja? Ich, ich hab zumindest nichts gehört, wo, wo gesagt wurde, ich glaube, das ist so passiert. Rainer, du solltest da einfach mal auch sagen, ey, ich hab mir diese Videos angesehen, denn wir wissen, du schaust diese Videos oft, ähm, und die sagen, die glauben nicht so richtig, dass ich das war. Oder die glauben erstmal an meine Unschuld und so. Selbst so ein kleiner Nebensatz, einfach mal zu sagen, ey, diesmal haben sie was Positives gesagt, das werde ich auch positiv erwähnen. So ein, dieser kleine Nebensatz hätte eine ganze Menge bewirken können. Aber hey, über wen reden wir hier? Wir lesen weiter. Hey, da sehen wir mich als besiegt. Und ich bin verzweifelt. Ich habe eine Fanbase von knapp 400.000 Euro auf TikTok. Meine Podcasts sind es fast 100.000 Aufrufe in nur wenigen Wochen gewesen. Na gut. Die habe ich auch, ja? Auch ein paar hunderttausend Aufrufe pro Woche. Äh, ja. Wenn ich mehr Videos machen würde pro Woche, ein paar, ja. Also in wenigen Wochen hunderttausend Aufrufe, ja. Das kriege ich auch in Reine. Ne, ich habe, äh, 23.600 Abonnenten ungefähr und bekomme das auch hin. Ähm, wenn ich Livestreame, schauen über tausend Leute zu. Ähm, und ich muss mir hier nicht einreden, ich hätte eine Fanbase von knapp 400.000. Gerade auf TikTok. Sind wir ganz ehrlich. Davon sind 350.000 gekauft. Das ist einfach so, ne. Die sind gekauft, wenn du 400.000 Follower hast. Und dann 200 Zuschauer. Also ich würde mir darüber Gedanken machen, was da falsch läuft. So, wir lesen weiter nächster Absatz. Meine Aufrufzahlen auf Livestreams oder Zuschauern auf Odyssey oder Kick sind auch weit über 500. Ja. Hier würde ich sagen, nee. Ich habe ab und zu mal in so eine Kickstreams reingeschaut. Durchschnitt zwischen 50 und 70. Ich kann euch sagen, ich habe keine 400.000 gekauften Abos auf Twitch. Und wenn wir Gaming machen, sind ja auch immer zwischen, naja, so 60 und 100 Leute. Je nachdem, was wir spielen. Ne, also da habe ich beim Gaming mehr Zuschauer als er. Und, äh, ja, auf YouTube, wenn ich da streame, sind wir meist auch über 1.000. Ähm. Ja, dass er hier erzählt, weit über 500. Ne, das stimmt einfach nicht. Lesen weiter. Ähm. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber es müsste gar nicht viel sein. 1 oder 2 Euro würde bei so vielen Menschen schon reichen. Und ich könnte innerhalb eines Monats ganz neu durchstarten. Ja, meine Meinung hierzu. Er hat 400.000 Follower auf TikTok. Wir wissen, die meisten sind gekauft. 100.000 Aufrufe. Ja, was hat er noch? Sagen wir 20.000 oder was auf. Oder 30.000 auf Kick. Rechnen wir der Einfachheit halber 500.000 Follower. Und er möchte von jedem 1 bis 2 Euro. Also eine halbe Million bis eine Million Euro. Das ist mal eine Hausnummer. Das ist einfach mal eine Hausnummer. Äh, die Menschen eben nach einer Million Euro zu fragen. Und da braucht man erstmal ein gesundes Selbstbewusstsein für. Wenn man einfach so nach einer Million Euro fragt. Wenn ich dann höre, äh, ich, dann könnte ich innerhalb von einem Monat ganz neu durchstarten. Das wäre jetzt in zwei Jahren das dritte Mal, dass er durchstartet. Ne? Beim Hausverkauf hat er ja auch 100.000 Euro bekommen. Wollte auch ganz neu durchstarten. Was ist daraus geworden? Die, die Zarenstein-Staffel am Nürnberger Bahnhof. Ich kann mich hier der Meinung anschließen. Ich meine, es waren ZDK und Dr. Oll. Hank ist da auch, äh, ganz großer Verfechter von. Wenn Rainer Geld bekommt, das kann uns ganz egal sein. Denn er wird niemals mit diesem Geld irgendwas, ja, anstellen, das sein Leben irgendwie groß verbessert. Ne? Er kauft sich ein Auto. Er kauft sich eine Grafikkarte. Weiß, er kann beides bald nicht mehr benutzen. Ne? Ne, ne, ne VR-Brille. Äh, ja, dann sind wir eben, the boots, 50.000 Euro weg. Mit dem Wissen, dass man das innerhalb von wenigen Wochen nicht mehr benutzen kann. Egal, wir gehen in den nächsten Absatz. Man könnte auf diese Art ein Zeichen gegen Mobbing... Ja, natürlich ist das ein Zeichen gegen Mobbing. Ihm eine Million Euro zu spenden ist ein Zeichen gegen Mobbing. Ja, selbstverständlich. Also, jetzt habe ich alles gehört. Wild. Man könnte auf diese Art ein Zeichen gegen Mobbing setzen. Und ich wäre, wieder W-E-H-R-E, ich wäre endlich in der Lage, Menschen zu beweisen, dass man mit Hilfe alles schaffen kann. Puh, du, ganz ehrlich, da musst du nicht viel beweisen. Man weiß, dass man mit Hilfe alles schaffen kann. Ne? Wenn einem geholfen wird, dann kann man alles schaffen. Na klar. Wo ich gerne Beweis für sehen wäre, oder würde, ist zu deinem Spruch, ja, ich habe auch, ich helfe auch immer Menschen, so gut wie ich kann. So gut ich kann, helfe ich Menschen. Ich verfolge ihn jetzt seit Ende 2014. Ja? Wir gehen ins zehnte Jahr. Und ich habe noch nicht einen Menschen gesehen, dem er geholfen hat. Nicht einen. Selbst wenn Leute fragen, hör mal, du könntest hier bei uns in der Schule einen Auftritt haben, könntest mal über das Thema Mobbing reden, ein bisschen aufklären. Nicht passiert. Es ist noch gar nicht so lange her, da fragt ja jemand bei ihm im Chat. Du, ich würde auch gern so Livestreams machen, Podcasts machen. Kannst du mir ein paar Tipps geben? Nein. Das wäre Konkurrenz, ne? Natürlich hilft er da nicht. Ich habe auch noch nie gehört, dass er irgendjemandem gegen Mobbing geholfen hat. Noch nie. Er sagt wirklich, seine Hilfe ist, dass er das Vorbild ist, dass er lebt. Ja? Überleben. In Deutschland. Im 21. Jahrhundert. Ist ein großer Beweis von ihm. Das ist ein Zeichen setzen. Das ist heftig. Wir lesen weiter. Ich würde natürlich auch alles tun, um anderen Menschen zu helfen. Ja, nenn mir bitte ein Beispiel aus den letzten zehn Jahren, das du auch belegen kannst. Nicht Quelle Trust Me Bro. Ein Beispiel, das du belegen kannst. Nur eins. Ich würde gerne ein Beispiel sehen. Und jetzt erzähl mir nicht, dass du irgendeinem Obdachlosen deine letzten zwei Zigaretten irgendwo gegeben hast. Ja, das ist für mich keine Hilfe. Und als Funfact nur nebenbei, das wurde auch nicht bewiesen. Ja, es war auch Quelle Trust Me. Wir lesen weiter. Also, alles zu helfen. Ich habe schon über die Jahre getan, was ich konnte. Und das, obwohl ich nicht in der Lage war, etwas zu geben. Wie gesagt, zeig es mir. Zeig es bitte. Letzter Satz. Ich weiß echt nicht, wie es sonst weitergehen soll. Es tut mir leid, dass ich euch damit belästige. Euer Drache. Ähm, wie es weitergehen, wie es sonst weitergehen soll. Ich würde sagen, arbeiten. Ne? So ein normaler Arbeitsplatz. Das wäre schon was. Also, ich sehe gerade, der hat hier mehrere Themen. Der hat hier fünf verschiedene Ziele. Das, was ich jetzt vorgelesen habe, heißt monatliche Kosten. Dann gibt es noch Nummer zwei. Eigene Wohnung. Dann gibt es noch Nummer drei. MPU. Dann gibt es noch Nummer vier. Anwalt für YouTube. Und Nummer fünf. A-O-K. A-O-K. Junge. Nee, also das... Nee. Wild. Ich würde sagen, eigene Wohnung lesen wir auch noch zusammen. Dann machen wir mal. Eigene Wohnung. Hallo zusammen. Ähm, ich möchte versuchen, eine Wohnung zu mieten. Ich weiß, dass es aufgrund der Hater vermutlich so gut wie unmöglich sein dürfte. Allerdings muss ich etwas versuchen. Es kann nicht so weiterlaufen wie die letzten zwei Jahre. Ja, das würde ich auch sagen, dass es nicht so weiterlaufen kann. Da gebe ich ihm recht. Auf jeden Fall. Das Ziel sind übrigens 2000 Euro, sehe ich gerade. Mhm. Geht das bei einer Wohnung Mieten dann nicht auch eigentlich in monatliche Kosten? Das sind doch monatliche Kosten, die man hat. Gut, wir lesen den nächsten Satz. Warum 2000 Euro? Mir wäre, wieder W-E-H-R-E. Mir wäre eine Wohnung recht, die ich für ein paar hundert Euro bekomme. Na, dann such mal. Aber ich müsste ja noch etwas einrichten. Dann tut das doch. Äh, falls nicht voll möbliert. Wen auch nicht viel, brauche ich mindestens ein Bett, einen Schreibtisch und andere kleine Dinge. Ja, und die sollen jetzt andere Leute bezahlen, oder wie? Verstehe ich nicht. Wild. Also, er möchte jetzt gerne eine Mietwohnung haben? Dann möchten Leute, sollen ihm bitte die Miete bezahlen? Und die Ersteinrichtung? Ich glaub das ja nicht. Außerdem muss ich ja auch eine Kaution zahlen. Daher der Betrag. Ah, die Kaution soll auch gezahlt werden. Also, hä? Hä? Ihr müsst euch vorstellen, da ist jetzt jemand, der schreibt hier rein. Hör mal Leute, ich hätte gerne eine Mietwohnung. Möbel. Die Kaution. Und, äh, ihr könnt das ja bezahlen. Das sind ja... Hä? Das ist ja... Das ist ja eine ganz wilde Nummer. Wahnsinn. Ey Leute, ich muss übrigens, äh, nachher tanken. Und Steuern und Versicherungen fürs Auto sind auch mal wieder fällig. Also, mach mal die Taschen auf hier. Was denkt ihr sich denn? Er bezahlt ja gar nichts mehr selber. Aber er legt sie nieder. Äh. Er stellt sich vor, wie sein Leben ab jetzt bitte verlaufen möchte, damit's besser ist für ihn. Und andere sollen das bezahlen. Wir lesen mal weiter. Das ist ein kleiner Absatz nur. Vielleicht kommt ja noch eine gute Erklärung. Mit einer festen Wohnung, aus der ich im Idealfall nicht rausgeworfen werde, könnte ich auch wieder voll, in vollem Umfang meiner Arbeit nachgehen. Mhm. Könnte mal verschiedene Videos machen, wie Kurzfilme mit Idioten, Dragon Monday und Brot und Brötchen, oder Brot und Brötchen und vieles mehr. Du, ähm, jetzt gar nicht böse gemeint, aber hattest du nicht zwölf Jahre lang deine Bude? Und hast in diesen zwölf Jahren vier Folgen von, äh, vier Drachen in der, äh, in der Schanze produziert insgesamt? Du, du hattest da doch alles. Und bist deiner Arbeit, in Anführungszeichen, trotzdem nicht in vollem Umfang nachgekommen, oder? Das muss ich jetzt einfach mal so fragen. Das, das war doch schon alles da. Die Leute haben gefragt, du Rainer, wie sieht's mal wieder aus mit Projekt Brot und Brötchen? Nee, das mach ich nicht. Nee, das will ich nicht. Und jetzt sagt er, ey, wenn ihr mir aber eine Wohnung bezahlt, dann mach ich auch Projekt Brot und Brötchen. Na, guck an. Also ohne Spaß, es wird immer wilder. Auch hier, äh, Dragon Monday. Der fällt ja so malerweise nie aus, ne? Dann mach ich auch wieder Dragon Monday und Brot und Brötchen. Und hier, äh, also, nee. Der, äh, sorry, das glaube ich ihm nicht. Und, und 2.000 Euro für, äh, kurz für Dragon Monday und Projekt Brot und Brötchen. Für 2.000 Euro kann ich mir jahrelang die komplette Bundesliga anschauen. Also ich dachte ja, dass, dass dieses nach Geld fragen kein anderes Level mehr erreichen kann. Ich hab mich getäuscht. Das ist ja ne wilde Nummer. Projekt Brötchen und Brötchen und vieles mehr. Ich hoffe auf eure Unterstützung. Euer Drache. Ja, du, dann hoff mal. Ne, also. Äh, meine Empfehlung ganz klar nicht so, ne? Eher nicht so. Leute, damit lass ich's für das Video jetzt auch gut sein. Damit das vielleicht heute noch rauskommt. Ähm, ich muss das hier noch, äh, schneiden, rennen, dann hochladen. Harte Arbeit und so. Dieses, äh, MPU, Anwalt und AOK. Das werden wir uns zusammen durchlesen auf Twitch. Das mach ich im Livestream. Weil ich eure Meinung dazu auch gerne hören möchte. Das sind noch drei große Abschnitte. Die können wir uns zusammen durchlesen. Die kopier ich mir hier raus. Und das lesen wir uns zusammen durch, Freunde. Auf Twitch. Heute Abend oder morgen Abend. Ich kann's noch nicht genau versprechen. Ich bin immer so 18 Uhr, bin ich fast täglich auf Twitch. Kommt da gerne rein. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ähm, Leute, das müssen wir uns zusammen anschauen. Ich hab nicht gewusst, dass das hier noch mehrere Ziele sind. Das schauen wir uns echt zusammen an. Das lesen wir uns zusammen durch. Und, äh, bequatschen das. Da hab ich Bock drauf. Leute, lasst da ein Follow. Kommt rüber, wenn's soweit ist. Äh, ja. Ihr Lieben. Ich freu mich auf euch. Bis dahin. Werdet und bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Ganz, ganz, ganz viel Liebe an euch. Metal Love.